Mein Name ist Carsten Dörfert. Ich bin hier Professor und Mitglied der Studiengangsleitung Wirtschaftsrecht. Mein Name ist Jana Brauwers. Ich bin Studierende des Studiengangs Wirtschaftsrecht. Worum geht es denn im Studiengang? Der Studiengang Wirtschaftsrecht ist eine Mischung aus Recht und Wirtschaft. Die Rechtsanteile sind etwas höher und wir bilden insbesondere für Unternehmen, für eine Tätigkeit in Unternehmen aus. Warum haben Sie sich denn für diesen Studiengang entschieden? Ich habe mich für den Studiengang entschieden, weil es eben diese Kombination aus Wirtschaft und Recht gibt und wir hier an der FH auch weiter aufgestellt sind im Bereich Recht und mich das doch dann sehr interessiert hat und mich hingezogen hat. Worin unterscheidet sich der Studiengang von vergleichbaren Studiengängen an anderen Hochschulen? Unser Studiengang Wirtschaftsrecht ist auf sieben Semester angelegt. Typische Bachelorstudiengänge dauern ja nur sechs Semester. Das liegt vor allem daran, dass wir nicht nur ein Kurzpraktikum haben, sondern ein volles Praxissemester oder wahlweise ein Auslandssemester eingebaut haben. Warum haben Sie sich denn für die FH Bielefeld entschieden? Grundsätzlich, weil die Stadt Bielefeld erstmal wunderschön ist und des Weiteren, weil wir hier viele mittelständische Unternehmen haben und die Fachhochschule Bielefeld doch sehr gute Beziehungen zu diesen Unternehmen hat und man da doch größere Chancen dann hat. Wofür sollte man sich brennend interessieren, wenn man diesen Studiengang wählt? Brennend interessieren? Ach, das erwarten wir gar nicht. Seien Sie vielseitig interessiert, lesen Sie eine gute Zeitung, gehen Sie mit offenen Augen durch die Welt und schalten nicht das Radio aus, wenn die Nachrichten anfangen. Das wären so meine Bitten. Was gefällt Ihnen denn so gar nicht an dem Studiengang oder an der FH? Da fällt mir tatsächlich nichts ein. Man könnte natürlich das Lernen nennen, aber das gehört ja zum Studieren irgendwie dazu. Wer sollte sich besser nicht für diesen Studiengang entscheiden? Dieser Studiengang ist nichts für Menschen, die sich für einen klassischen juristischen Beruf, beispielsweise Richter, Richterin entscheiden. Die müssen immer noch an eine juristische Fakultät an der Uni und ich würde den Studiengang auch nicht empfehlen für Menschen, die nicht gerne mit Texten und mit Sprache umgehen. Was war denn bisher Ihr Highlight im Studium? Das Highlight ergibt sich im Moment meiner Meinung nach im vierten Semester, wenn man merkt, dass alle Rechtsbereiche aufeinander aufbauen und der Aufbau des Studiengangs auch Sinn macht, so wie er ist. Was sind typische Berufsfelder für Absolventinnen und Absolventen in Ihrem Studiengang? Typische Berufsfelder? Man kann sich vielleicht orientieren an den Vertiefungsrichtungen, die wir auch im Studium eingebaut haben. Da haben wir Industrie und Handel, Personalabteilungen und der Bereich Steuern und Unternehmensprüfung. Das wären so typische Bereiche. Haben Sie schon Pläne für die Zeit nach dem Studium? Genaue Pläne habe ich noch nicht, aber dadurch, dass ich den Schwerpunkt Industrie und Handel gewählt habe, sehe ich mich eher in der Rechtsabteilung eines mittelständischen Unternehmens. Wenn Sie eine solide Ausbildung in Recht und Wirtschaft suchen, dann sind Sie bei uns richtig, dann kommen Sie gerne zu uns.